Das Ärgernis der Woche. Mit einer einfachen Lösung von Markus Hahner. Immer wiederkehrende Textblöcke kann ich in Word ganz einfach als Bausteine ablegen, die dann als Schnellbausteine oder Autotext bezeichnet werden und sich an der aktuellen Cursor-Position ganz einfach einfügen lassen. Zu finden sind die Bausteine auf der Registerkarte Einfügen mit einem Klick auf die Schaltfläche Schnellbausteine. Nach einem kurzen Ladevorgang zeigt mir Word automatisch alle Bausteine an. In diesem Fall gibt es den Baustein Download und unter Autotexte den Baustein Kontakt. Ein Klick auf den entsprechenden Baustein genügt und schon wird der Text, der dort hinterlegt ist, an der aktuellen Cursor-Position eingefügt. Soweit, so gut. Wie kann ich mir nun eine Übersicht aller meiner angelegten Bausteine ausdrucken? Dies ist in Word 2010 und 2013 über die Registerkarte Datei Befehl Drucken möglich. Wenn ich hier bei Einstellungen die Auswahl von Alle Seiten drucken auf Autotexteinträge ändere, werden beim Drucken tatsächlich alle Autotexteinträge gedruckt. Dabei ist zu beachten, dass ich vor dem Drucken einmal die Bausteineliste geöffnet habe, denn erst dann lädt Word die Bausteinedatei tatsächlich nach. Wenn ich direkt nach dem Word Start den Befehl aufrufe, werden nur die Autotexteinträge gedruckt, die sich in der Normal.m befinden. Diese Liste ist typischerweise leer, denn Word 2010 und 2013 speichern die Bausteine standardmäßig in der Datei buildingblocks.x ab. Leider druckt Word beim Drucken ausschließlich Autotexteinträge, Schnellbausteine und andere Bausteine werden nicht ausgedruckt. Ich muss deshalb beim Anlegen meiner Bausteine darauf achten, dass diese alle im Katalog Autotexteinträge abgelegt werden, sodass ich tatsächlich auch eine Liste erzeugen kann. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Markus Harner. Übrigens, über die E-Mail-Adresse word.schauen-stadt-lesen.de nehme ich gerne Anregungen für das Ärgernis der Woche auf. Einfach maximal ausführlich beschreiben, Namen und Word-Version drunter und dann nix wie her damit. Und vielleicht gibt's hier schon bald die passende Lösung. – Karteil – Karteil Nr.